Hallo Preuß Münster Fans, ich freue mich hier zu sein und der Mannschaft zu helfen und auch natürlich die Kurse kennenzulernen. Ja, auf jeden Fall. Es ist so, als ob ich nur einen Tag weg war und wieder hier bin und alles beim Alten. Also, sehr schön. Ich kenne ja noch Spieler von der Aufstiegsmannschaft und mit ein paar habe ich ja auch in Paderborn zusammengespielt, mit Matthew Taylor zum Beispiel. Und andere Spieler kenne ich ja auch so. Von der Liga haben immer gegeneinander gespielt gehabt und von daher super Jungs. Ja, auf jeden Fall die Fans, die Atmosphäre. Hier macht es einfach Spaß, Fußball zu spielen. Das habe ich in Paderborn nicht gehabt, das hatte ich in der Türkei auch nicht. Wir haben in der Türkei vor 1.500, 2.000 Fans gespielt und wie gesagt, das ist hier einmalig als Fußballer ist das wirklich sehr schön, hier Fußball zu spielen. Liebe Fans, wie ihr wisst, spielen wir im Aufstieg. Es ist ein ganz wichtiges Spiel. Wenn wir das Spiel gewinnen zu Hause, dann haben wir einen riesigen Schritt gemacht in Richtung 2. Liga und wir brauchen eure Hilfe und kommt alle ins Stadion und unterstützt uns. Extraordentlich bis 1.000. 3.000 2.000 2.000 1.000 Untertitelung des ZDF für funk, 2017